Die Welt ist fehlerhaft und unvollständig. Es fehlt, was die Sicht verdeckt auf die Unsichtbaren, was man nicht sehen will, nicht sehen soll. Ein Kerl auf der Kippe, auf Messers Schneide, der sich nicht abfindet. Er richtet sein Begehren auf das Unmögliche. Nur das Unerreichbare setzt die Kraft frei, zu überleben, zu hoffen, vielleicht zu lieben. Vielleicht, vielleicht gelingt ja der Sprung auf die andere, auf eine bessere Seite. Das Unmögliche Musik Musik Ein Kerl, der alles auf eine Karte setzt. Die Falsche.